Was uns besonders macht ist, ich nehme mal deine Worte Christian, du sprachst vom unternehmerischen Wealth Management. Die Commerzbank ist die Mittelstandsbank in Deutschland. Insofern haben wir über Dekaden hinweg gelernt und verstanden, was für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer wichtig ist, für die Familien und bieten daher eben auch einen holistischen Ansatz aus der Beratung im privaten Umfeld und eben auch auf der unternehmerischen Seite als Dienstleistungen. Unsere Betreuung hat im Wesentlichen das Ziel, die Erwartungen unserer Kunden deutlich zu übertreffen. Das bedeutet natürlich Produktinnovationen zu haben, natürlich die richtigen Partner weltweit. Grundsätzlich stellen wir natürlich die von uns betreuten Familien in den Vordergrund, haben das Ohr am Markt, was sich da eben bewegt und welche Nachfrage entsteht, ob das im Bereich alternative Investments wie Private Equity oder Venture Capital ist. Unser Anspruch ist, dass die Menschen, die Kundinnen und Kunden spüren, dass sie bei uns wirklich, wirklich authentisch im Mittelpunkt sind. Dafür tun Christian und ich alles, um das zu erreichen.